Hallo und Willkommen zu Gameselschaft. Wir spielen heute Schwarzer Peter mit zwei Idioten, die das Spiel nicht kennen. Also dem Kerl und dem Kerl. Wo? Jetzt bleibt eine über? Ja, dann, das ist der Schwarze Peter. Das weiß man nicht. Stimmt, und was passiert mit dem, der den Schwarzen Peter auf der Hand hat? Der hat verloren. Dann müsste ja der dann rechts neben mir die Karte mehr kriegen. Ja, der hat am Ende verloren. Das Problem ist, wenn ich da ranzoome, dann wird mir das links oben nur sehr, sehr schlecht angezeigt. Also quasi gar nicht. Echt? Bei mir werden das... Achso, ich kann das wieder raussomen. Okay, gut. Ja, man kann das wieder raussomen. Bei mir auch. Du kannst besser nach den Bildern gehen. Ja, da muss ich wie immer so... Sind die Bilder nicht immer gleich? Also man hat zwei Frösche oder so? Ja. Das ist schöner, wenn die Karten so weiter auseinander gehen würden, dass man die auch so erkennen kann. Nee, die Bilder sind nicht immer die gleichen. Aber sie sind nach den Zahlen. Also nach den Zahlen. So, ich hab jetzt hier ein Pärchen zum Beispiel schon mal. Ich leg das schon mal ab. So, ganz kurz weg. Ich... Wie, du bist ganz kurz weg. Fuck! Ahaha! Willst du mich verarschen? Ich hab auch ein Pärchen. Ja, ich kann krass nehmen. Was hast du denn? Hast du... Hä? Ja, eben... Das ist ein Pärchen, zwei Euro. So. Jetzt machen wir eine Neu, ne? Soll das doch da, Steffi. Jeder da. So, guck erstmal, ob du ein Pärchen machst. Das wird die schnellste Runde ever, hier. Wir können ja ein paar Runden machen. Das wär das, glaub ich... Also, Sachen mit zwei Paaren sind... In der dritten Runde hat er das auch mal verstanden. Also, wenn ich zwei Sachen mit der Zahl 10 hab, dann hab ich ein paar. Ja, dann kannst du sie ablegen. Ja, dann hast du Pech gehabt. So, haben wir alle geguckt? Crasher auch geguckt? Ja. So, dann darf, weil ich rausgegangen hab, darf Andi jetzt bei Crasher ziehen. Ja, zeigst du uns am besten noch. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Da muss Crasher die rumdrehen, ne? Warum? Du kannst die doch auch rumdrehen. Hier, guck. Ey. So, wenn du kein Paar hast oder so... Moment, das muss ich jetzt erstmal abchecken. Die wurden gerade alle geswitcht. Wie die wurde zu... In derweil kann Crasher ja beide Dings jetzt ziehen. Geht eigentlich ziemlich schnell und ziemlich simpel. Ja, ich hab ein paar, glaub ich. Ja, dann leg sie ab. Alter, auf damit, du grüner Nabbel, ey. Verpiss dich mit deinem Finger hier. Ich soll doch ziehen, hieß es gerade. Achso. Dann zieh aber auch und dreh nicht um. Ist das dann nicht ein reines Glücksspiel? Es ist schwarzer fucking nochmal schwarzer Peter. Kann man das... Das kann man ja überhaupt nicht beeinflussen in taktlicher Hinsicht, oder? Ne, nicht wirklich. Das ist ein Glücksspiel. In taktischer Hinsicht. Andi will alles mit Taktik und Strategie und... Ja, sonst ist es ja nur Glöcke. Ich meine, dann könnte man es auch Roboter spielen. Loin, ich dachte, die wäre schon umgedreht. Ne. Jetzt kann ich bei Andi ziehen, ne? Ich muss das mir... Boah, das ist mit dem Rand, du musst... Welche habe ich jetzt gedreht, die hier, ne? So, wenn ich jetzt eine gezogen habe, darf ich direkt legen, ne? Ja, ablegen darfst du immer. Schon darf ich zum Kindergarten spielen? So, Andi, du musst ziehen. Alter, schwarzer Peter, ey, das ist so... Boah, zappet... Aber ich finde die Bilder auch ziemlich geil. Die erneut mich irgendwie teilweise echt an Leute aus unserer Gruppe. Wie ist scheiße. Bei wem ziehle ich, zieh's denn? Bei Rico? Wie immer, du ziehst immer bei Rico. Bringt die doch einfach um! Ich hab's wieder vergessen. Total, wenn man nur nach diesem Tag... Aber was bringt es euch zu wissen, was... Du ziehst bei mir. Das bringt euch ja nichts. Weil wenn du den schwarzen Peter rüberziehst, dann sehen wir das. Ja. Und dann können wir drauf achten, wo du den hinpackst, damit wir den nicht ziehen. Gut, dann misch ich mal alle meine Karten einfach durch. Und dann bringt's euch nichts mehr zu wissen. Ehe ist die Karte, ne? Die Karte ist gerade bei Rico gezogen. Ja, ja. Das ist ja dein, dir. Also, hast du dich damit gautet, dass du den schwarzen Peter hast, Andi? Nein, ich meine nicht wegen der Karte, die ich gerade gezogen hab. Ey, da mischt jemand meine Karten. Achso. Nee, ich hab die... Okay, Andi, du musst sie jetzt ziehen. Nimm auf gar keinen Fall diese hier. Ey, das ist Manipulation. Alter, zu zweitlich was erhebler schlafen. Was? Er hat das Peter gezogen? Ich hab nie aufgepasst. Was ist los? Ich hab Manipulation gesagt. Manipulation hat er gesagt. Manipulation. Ja, das machst du Pilami, hallo. Ich kann nix machen. Manipulation. Crasher Seed, ne? Deshalb weiß ich, warum ich das Spiel seit dem Kindergarten nicht mehr gespielt hab. Was ist das Scheiße, ey? Es ist zum fucking Kinderschein. Manipulation, Alter. Wenn wir jetzt die... Oh, Rico hatte was. Oh, die Eagle, die sind aber sweet aus. Die Sweetheart. Manipulation. Die hier, Andi. Moment, ey, Moment, Halt, Stopp. Ich muss jetzt erst mal drehen. Die sind alle um... Halt, Dreh! Was soll die Scheiße? Ich sag, ich drehe die. Darf ich jetzt noch eins ablegen? Ja. Ja, Quescher. Achso. Ich bin dabei. Und den Flötenmausen. Glaub ich hatte, ne? Nein, hatte ich nicht. Ja. Ich zieh die hier. Auch so ein ungleiches Paar, irgendwie. Das ist der böse Hänge. Sie ist die elegante Dame. Andi, du ziehst, ne? Ja, ich überleg gerade. Meine taktischen Möglichkeiten. Die Manupila. Wie er es auch noch ausgesprochen hat. Manupilation ist das. Manupila. Ich kann sogar was, glaub ich. Du musst dir jetzt die Bilder hier angucken. Moment. Ich hatte eben... Die hat mir jemand weggenommen, die Karte. Ja, da hast du Pech gehabt. Da hat dir einer gezogen. Voll assi. Hast du schon... Wer hat denn jetzt bei mir gezogen? Ich hab bei dir schon gezogen. Ich? Du hast bei mir gezogen. Ja. Okay, dann bin ich bei Dings. Jawoll, Andi, hier meintest du, ne? Hey, aber wie ist die... Ja, die hast du mir geklaut. Ja, hab ich die gerade wirklich zugegeben. Jetzt darf Andi wieder... Andi, du darfst wieder ziehen. Andi zieht. Ja, aber... Das ist meine. Nimmt mir keiner weg. So. Ich kann nothing. Aber wenn ich jetzt Glück hab, kann ich ausmachen. Warum hat Seidel nur drei... Achso, der hat ab 2 K... Er hat auch nur eine. Ah, okay, du bist Andi. Und wann ist das Spiel vorbei? Dann, wenn alle Karten weg sind und der Letzte seinen schwarzen Peter noch aufwand hat. Andi. Ja, ich zieh bei Rico ne Karte. Oh, ich kann sogar was. Und dreh sie nicht um. Den hässlichen Frosch und den König Frosch. Der hässliche Frosch... Machst du da... Ich wollte nochmal durch mich. Ja, aber hallo, der hat einen Pilz, mit dem er sich... Und was macht der mit den kleinen Fröschen? Oh, das ist ein Babyfröschen. Das sind seine Sklaven. Okay. Ich sag Babyfröschen, du Sklaven. Deine Untertanen, Mann. Äh, ich zähle. Das sieht aber wirklich aus Sklaven. Ja, weiß ich nicht. Aber warum hat der so ein geiles Bandana? Ne, so ein geiles... Andi zieht. So ein geiles Kopftuch, das ist... Das ist Eische, der Frosch. Das ist er hier. Ich kann nothing. Ich kann sogar hier versuchte zu bluffen. Guck mal, da sind doch beides Schwäne. Hey. Achso. Hey, hey. Ich hasse die da. Hey. Das ist eine never-ending-story hier mit zwei Lungen. Immer eine Karte noch, da ziehst du wieder eine und das wird einfach nichts. Okay. Ich glaube, das geht jetzt unendlich hier. Nee. Aber das ist schon... Hat dich schon gelohnt, ey. Das ist für Manupilation. Manupilation. So, wer ist dran hier? Du ziehst es bei mir wieder. Ist das nicht schön. Auf jeden Fall. Auf der Welt. Warum haben die alle Kopftücher, Alter? Ja, ne? Ja, das ist Türke-Türke-Edition. Hahaha. Hahaha. Möglichste. Ich kann was. Das ist... Und ich kann was. Zwei Karten wieder raus. Nice. Er kann auch. Er kann auch was. Also. Oh, jetzt, jetzt wird's. Jetzt geht's ums Eckigen. Jetzt geht's die heiße Phase, Alter. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Oh Gott, wir hatten dann den schwarzen Peter. Ja, einer von dem Bein. Oder... Was? Jetzt fängt das... Jetzt fängt das... Ja, bist du dumm? Bist du dumm? Hahaha. Hahaha. Wacht ihr doch... Kannst du dir nicht eine Hilfe-Zone machen, wie man das nicht sieht? Wenn du mischt? Hahaha. 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 Das Mischen sieht man immer. Ach, Moment. Ach, okay. Stimmt. Das ist jetzt wichtig. Hahaha. Man weiß auf jeden Fall, wenn wir jetzt schwarzen Peter haben. Hahaha. Aber wir auf einmal... Ja. Ich weiß, dass du den nicht hast. Außerdem ist das eine schwarze Cat. Na, natürlich ist das eine schwarze Cat. So, wer Anni zieht. Oh Gott sei Dank muss ich jetzt hier nicht dabei sein, ey. Hahaha. Hahaha. Alter. Anni, der Karten... ...trick zu spürt. Ja, hallo! Das ist doch auch... Ach, scheiße. Wie? Das ist doch auch... Ach, scheiße. Jetzt in die heiße Phase. Es wird spannend, liebe Zuschauer. So, was nehm ich jetzt? Ich hab was. Ich bin ready to take off. Oh, yes. Jawoll! Yes, liebe Zuschauer. Geschafft. Ich bin die Verlierer. Boah, entweder du heiß... Fifty, Fifty. Wir haben als erstes den schwarzen Fäter gezogen oder als zweites. Pass auf! Jetzt kommt die Tactics. Hahaha. Die Special Tactics... Muss man so spannende Musik einfügen? Ja. Dö-dö-dö-mm. Ja! Dö-äm... Jetzt ziehe ich eine! Komm, dann können wir noch eine Runde spielen. Okay. Ist sie jetzt verkehrt rum oder... Kleiner Hai. Ist doch völlig egal, ihr seid ein Nerdster 2. Großer Hai. Manukulation Andy 2015. Kennt ihr nicht dieses kleine Hai, großer Hai? Oh, jetzt geht das... Oh Gott! Wenn nicht, müsst ihr euch das mal geben. Jetzt muss ich auch noch mal eine Fifty-Fifty-Chance. So, komm. Gib ihm. Warte, 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 warte! Hey, du warst auch vorher noch. Er hat... Okay, jetzt geht Rico echt... Das Seidel ist echt krass. Ja, wie, er hat das gerade... Seidel will's drauf ankommen lassen, liebe Zuschauer. Ja, wie, ich will's drauf ankommen, ihr bist Leben oder Tod jetzt gerade. So viel passiert da nicht. Ja, komm jetzt hier. Das soll schon Witz sein! Wenn ihr so weiter macht, können wir doch keine zweite Runde mehr spielen. Es geht von 50 zu 50. Ach komm, ne zweite Runde geht's oder so. Komm, Seidel, jetzt zieh. Ich bin ready. Ready for in den Schwatten. Yes! Da wird man hier ein Treasure-Runde halten! Zeit, Spiel! Kann man irgendwie zum Befehl, wo man alle Karten auf einmal wieder auf dem Haufen kippt? Delete all. F2, F6. Auf meinem Taschenrechner zumindest. Nee. Wie wär's mit Reset? Wie wär's mit Reset? Wer hat das Radigum in der Hand? Ich gradiere alles weg! Wie wär's mit Reset? Rechtsklick auf die Karten. Reset. Also ich würd sagen, äußerst minimalistisches Spiel. Ich seh keinen Reset, sorry. Auch wenn du auf die Karten drückst. Mit Rechtsklick. Ja, hab ich gemacht. Dann kommt da. Shuffle, Cut, Reset. Du musst erst... Ja, genau. Na, Drittel von oben. Hab ich. Gibt bei mir. Gibt mir einfach Rechte. Ja, wir haben keine Rechte. Ich hab nur Linke. Wenn zwei Karten übereinander liegen, dann ging das nicht. Du musstest ne einzelne Karte geben, dann ging das bei mir. Aber wenn ich Reset mach... Es gab mal Reset All. Ah, schwarzer Peter, das war doch schon lustig. Oder? Ja, aber... Nur Luck eigentlich. Ja, natürlich. Es ist ein schwarzer Peter, aber es ist trotzdem... Seine Tricks, ey. Aber da hat Mensch ärgerlich nicht mehr Taktik, oder? Der kann sich wenigstens... Ja, wie? Was witzig? Der Mensch ärgerlich kann sich wenigstens entscheiden, mit welchen Figuren du loist. Ja, gut. Der kann sich entscheiden, welche... Naja. Ja, das ist nur Luck. Ja, eigentlich müsste jemand anderes hier austeilen jetzt. Der Verlierer. Der Verlierer. Dann heißt du... Das heißt, Seidel kriegt eine Karte mehr. Ich muss erst mal ziehen. Ich hab schon mal ein Pärchen. Me too. Ich hab zwei Pärchen. Ja, doch alle solche Wichser. Glaub ich auch. Wolle. Bist du sicher, dass du das gut gemischt hast? Bei mir waren die Pärchen nebeneinander. Oder? Ja, dann... Muss es doch gut gemischt gewesen sein. Nein, aber... Nein, aber... Ja, stimmt. So, ähm... Seidel fängt an, ne? Bei mir zu ziehen. Dann mach ich das mal. Ich hier bei Andi eine. Oh, ich hab direkt ein Pärchen gezogen. Was... Alter... Achso. Du gehst jetzt schon so an wie Andi oder? Lord. Achso, ich dachte schon, ich helfe wieder. So. Uah, ich krieg dir das kotzen. Das große kotzen ey. Das große. Disney's große kotzen. Hm. Oh. Oh fuck. ist das nicht ein schönes spiel leute ja das ist kein schönes spiel hier du hast auch nur noch zwei, ne du hast nur eine karte ja jetzt noch zwei alter die kloppt da um die karten gerade raus dann gib mir mal was wo ich meine karte loswerde wissen wir überhaupt noch wer gerade dran sind ja moment hallo warum ich darf doch ziehen ja sorry nee nicht sorry du musst dich beeilen wenn ihr so schnell macht dass ich hier nicht hinterherkomme alter jetzt geht es schon hier direkt ins finale alle vier leute noch dabei alle vier leute noch dabei kommen sie hin kommen sie ran noch eine runde kostet nur 2,50 du musst schon leider bei mir nehmen ja ich weiß es wird spannend spannend das kann jetzt auch noch eine halbe stunde so gehen wenn jeder mal die falsche karte zieht das gibt es doch gar nicht ey ich frage mich gerade mit der schwarze peter im umlauf ey das kann doch nicht sein dass der jedes mal wirklich jedes mal ist jetzt auch in der ersten moment schon gewesen dauernd die richtige nimmt das gibt es doch nicht er hat sich doch gerade schon mal die ist einmal rumgelaufen den hatte ich auch willst du mich verarschen und die sehen teilweise echt putzig aus also die karten ach den hatte ich gerade ich habe genau die gleichen kartenaufwand die ich gerade aufhand hatte ey ich krieg das passende zu dem was du gerade gezogen hast warte ich will eben was machen weil ich genau weiß dass seidel sich das schon angeguckt hat jetzt pack ich diesen scheiß kater nur einmal auf die rechte seite und er nimmt links das gibt es doch mal was die karte hatte ach ne ja ich bin fertig end hat schon wieder geworden zwei mal rin zwei mal rin zwei mal rin lalala loswerg die blatt13 was an die mich aus fünf Jahren also ja dann nochmal an die wenn man ihm abhängig löst heilen macht fertig Hallo? Los, Andi, mach fertig. Bei mir ist das nicht... Nee, ich will, dass du verlierst. Ey, ich bring den Kerl um ohne Scheiß. Los, Andi, mach fertig. Los, Andi, mach fertig. Los, Zeit, mach fertig. Komm jetzt, Andi. Och, Andi hat den Peter gezogen. Nee, keine Ahnung. Bandung. Andi hat's fertig gemacht? Andi hat's fertig gemacht. Und ich aber auch. Das war aber jetzt ne Beleidigung. Ohne Spaß, Crasher. Du hast bestimmt auch schon in der ersten Runde, ne? Als ich immer den Peter hatte. Und ich zwei Karten hatte. Du hast bestimmt 30 Mal bei mir gezogen. Und du hast immer, immer die Richtige gezogen. Wie machst du das? Vor allem hast du immer die Rechte gezogen. Fünfmal hintereinander. Und dann kacke ich einmal diesen Scheiß-Kater nach rechts. Und schon fängt er an links zu ziehen. Boah, das hab ich echt aggressiv gemacht. Ich hab mich die ganze Zeit gemutet, damit ich rumschreien kann. Etwas vielleicht anspruchsvolleres wieder. Musst du heute ein bisschen schneller gehen? Tut uns leid. Die Zuschauer können ja auch mal was in die Kommentare schreiben, was sie sehen wollen, was wir spielen. Genau. Genau, das ist ein guter Vorschlag. Da muss ich aber jetzt mal einen Kommentar abgeben. Das muss schneller gehen. Wir haben vorher hier was anderes gespielt, was scheiße war. Ja gut, aber Schwarzer Peter hat man gesehen. Ist auch taktig dabei. Ich hab zweimal gewonnen. Damit vielen Dank fürs Zusehen. Bis nächsten Donnerstag. Haut rein. Tschö tschö. Tschö tschö. Manupilation.